Oh, oh. Wenn Strom ausfällt, funktionieren dann die Giftgaskammer und so weiter. Funktioniert das dann trotzdem? Weil das eine ist ja mit... Das eine ist ja mit Elektrizität. Das letzte. Die Plattenkammer. Na, da stimmt irgendetwas nicht. Das ist ja nicht. Vögel. Vielleicht ist das ein... Wie ist das? Der Kogosian ist es? Ich habe die Anwaltung in der Zeit, die die Anwaltungen der Forschung der Forschung zu behalte. Das ist gut! Das ist危險 für die Forschung der Forschung! Wir müssen uns an den Forschung der Forschung der Forschung zu übernehmen! Wir müssen uns um den Forschung zu beherren! Yuma! Wir müssen uns um die Forschung zu beherren! Warte, warte! Ich glaube, wir werden jetzt auf die Anwaltungen durchführen. Oh Gott. Das ist jetzt nicht so gut. Ach Chef, sie sind immer so aufopferungswürdig. Nein, mach mir Sorgen, dass dir was passiert. In drei Minuten? Ich glaube, der ist tot. Ich hoffe nicht, wir müssten... Wir bräuchten Informationen von ihm. Also in Wahrheit hast du... Okay, nice. So, oh mein Gott, da ist der Killer. Na ja, ja, aber... Okay. 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 Nochmal reden. Der Chef lockt sie weg, also ist jetzt unsere Chance. Lass uns von hier verschwinden, Yuma. Okay, stimmt. Und jetzt? Das ist ja nur Notstrom. Okay. Okay. Okay, dann laufen wir mal. Wow. Fenster? Von hier aus können wir das Labor sehen. Es sieht so aus, als würde die Wendeltreppe noch weiter nach unten führen. Wie gefällt diese Atmosphäre hier? Es ist, als wollten sie den cyberpunkigsten Ort aller Zeiten erschaffen. Ach ja. Wir haben keine Zeit uns umzuschauen, alles aber erstmal Zeit durchs Fenster zu lugen. So kleine Spanner. Tür? Es scheint, als wäre diese Tür verschlossen. Dieser Ort sieht wirklich wichtig aus. Keine Ahnung, wo der Schlüssel ist, also lassen wir es bleiben. Oh Gott. Die läuft ja wie die Fug. Okay. Alle haben sich hier reingeschlechen. Geschlechen. Sie hält unsere Hand ja nicht einmal richtig. Was ist das denn? Hä? Tch, der die Silke ist, Alter. Na ja, wer sonst? Oh Gott. Ja, danke. Das Outfit. Jetzt erkenne ich dich wieder. Ah, ja, ja, ja. Funkel, funkel. Das ist sehr schwierig zu erkennen. Nonia. Ja, ihr bleibt ja immer stehen. Und rede nicht über Gott und die Welt. Na ja. Bip, bip. Bist narrisch. Geht's Ihnen gut? Na, aber wir machen uns Sorgen, wie das Strom ist ausgegangen. Nein. Der Kind ist noch nicht da, wann wir da auftauchen. Ähm, nein. Aber es ist gerade der Strom ausgegangen. Und deswegen haben wir uns Sorgen gemacht um sie. Ja. Okay, das ist gut. Ja, das ist gut. Na, ihr warst nett. Na, ihr warst nett. Na, mir mal sagen. Du hast gerade mal zwei Sekunden mit ihm geredet. Bis zum nächsten Mal. Ja. Das ist Reportage. Ich bin auch ein Tantei mit mir und ich bin auch ein Tantei. Ich bin auch ein Tantei. Ich bin auch ein Tantei. Tantei? Ich bin auch ein Tantei. Oh Gott. Er sagt jetzt so, naja, da muss ich ja die Tür öffnen. Mhm. Oh Gott. Äh... Hey Yuma, ich krieg Kopfschmerzen. Vor allem hat der Typ das nicht gehört, was er zuerst gesagt hat? Zu ihr? Ah, ja, natürlich. Die Vorräte gehen wir aus. Oh, Kouka-Hari. Uesuka-Hakasse. Ich gehe zu uns. Willst du die Sicherheit aus? Hm? Warte. N... Was ist das? Uesuka-Hakasse. Was ist das? Ach du Scheiße, es ist wer drin? Ah, ist tot. So schnell kommen wir nie dahin. Vor allem, wenn die Sachen nicht ausgeschaltet sind. Und außerdem... Und außerdem... Denk ich gerade nach, Moment einmal. Das wollte ich sagen. Ja, ja, irgendwie ist jemand hineingelangt. Was ist hochspannend? Widerlinge Opa. Oh Gott. Das ist doch jetzt nicht wichtig. Das ist doch jetzt nicht wichtig. Äh... Äh... Ach Gott, frag mich doch nicht, Schatz. Den Alarm einschalten. Den Alarm einschalten. Sich einhacken. Shinigami hilft bitten. Ein Spielzeug benutzen. Ein Spielzeug benutzen? Was heißt das denn? Hä? Was heißt denn ein Spielzeug benutzen? Was haben sie vorher über das System gesagt? Den Alarm einschalten. Den Doktor zu schützen. Sich einhacken. Wer kann sich denn einhacken? Kann sich ja keiner einhacken, oder? Shinigami um Hilfe bitten. Kann Shinigami etwas tun? Ich meine, wenn der Typ schon tot ist, dann könnte... Aber ist das... Ich weiß nicht. Wenn der Doktor schon tot ist, dann könnte Shinigami sich in seinen Körper packen und dann das Sicherheitssystem ausschalten von dort aus. Weil sie kann ja die Körper bewegen. Aber... Ich weiß nicht, ob der Typ schon tot ist und wie weit das entfernt ist. Weil sie kann sich ja nicht so weit entfernen von uns. So... Ich glaube so drei oder fünf Meter, oder? Ein Spielzeug benutzen? Was könnte das für ein Spielzeug sein? Wovon reden die da? Use a toy? Wir nehmen mal an, dass der Typ noch am Leben ist. Der Alarm will uns nichts helfen. Ich kenne niemanden, der sich einhacken kann. Es ist Shinigami, oder... Dude... Ich... Was meinen sie denn mit ein Spielzeug benutzen? Hä? Was denn überhaupt? Ja bitte. Ach so! Ah ja! Ah! Oh! Oh, Entschuldigung. Ich hab unaufsicht getrückt. Oh! Oh... Oh... Sie kann ja die Zeit zurückdrehen im Notfall. Sie können ja die Zeit zurückdrehen. Sie können ja die Zeit zurückdrehen. Oh, das war die Hand. Dann ist es nicht so, dass ich mir keine Angst habe. Ich würde sagen, dass ich mir das nicht verletzen kann. Ja, ich würde nicht verletzen. Schön, wie wir alle immer so wunderbar die Zeit verquatschen können, während der Typ da hinten abgestochen wird. Im größten Blutbad aller Zeiten vermutlich. So. Wo ist das jetzt da? Wo ist das? Ah, da steht die Dingens drinnen. Okay. Wir müssen dort hinten hin. Ops. Es hat keinen Sinn, diesen Weg zu gehen. Es gibt nie einen Sinn. Ja, ja. Aber ich möchte halt... Da kann ich auch nicht lang gehen, gell? Ja. Nein. Okay. Ich muss wirklich geradewegs dorthin, wo sie mich hin haben wollen. Huch. Er schaut ja doof aus. Was ist denn der Typ da auf der rechten Seite? Was hast du denn da für ein komisches Männchen auf dem Laborkittel? Ist das... Astro Boy? In seinem 2D-Sprite kannst du es besser sehen, als da im 3D-Modell. Wenn er da links auftaucht. Da unten. Was ist denn das? Ich muss ein wenig... Ich muss mich überlegen. Ich muss mich überlegen. Ich möchte es schnell schnell machen. Ich habe gesagt, ich habe mich überlegen. Ich habe mich überlegen. Ich werde es in der Wohnung auch sehen und blablabla machen. Ja. Ja? Ehm. Ähm, natürlich tun wir das. Wenn es erfolgreich ist, kannst du deine Arbeit beenden. Und dann genießt du ein romantisches Abendessen mit mir. Ist das nicht das, wovon du sprachst? Desuhiko, ich denke, wir sollten sie sich konzentrieren lassen. Wenn ihr es nicht versteht, dann haltet bitte den Mund. Sie hat keine Lust. Sie hat die Lust verloren, offenbar. Im Regal sind eine Reihe von Ordnern, die voller Forschungsberichte sind. Und all diese Forschung, um einen Spielzeugroboter zu bauen, es zeigt, wie viel Leidenschaft in Amapel gesteckt wurde. So. Verdammt, wir haben es eilig. Er muss sich nur endlich entscheiden, dass wir überhaupt ihn entscheiden lassen und nicht einfach nehmen und gehen. Wir können ihn nicht hetzen. Aber verdammt. Ja, ich weiß. Ah. Aha. Schon wieder. Das ist ja... Wie beim Mikroskop. Das hätte ich jetzt leicht übersehen, wenn ich nicht schon ein gezeichnetes Kind wäre. Was ist denn da los da? Ich glaube, sie testen ja Roboter. Wie sonst würde man... Äh, manch. What the fuck? Manch aus Law and Order. Wie sonst würde ein Mensch überprüfen, ob sie mit hohen Spannungen und giftigen Gasen klarkommen? Ich glaube nicht, dass sie das testen. Ich stelle dir vor, das Kinderspielzeug hält auch tödliche Gase aus. Also alles cool. Schau, da gibt es die verschiedensten Farben. Was ist mit ihnen? Ein erotischer Forscher. Sie sind auch ein Forscher? Okay. Hä, du bist kein Friedenswächter? Nun, wer auch immer du bist, misch dich nicht in meine Forschung ein. Tut mir leid. Er ist ein Parade-Basch-Spiel für einen fokussierten Intellektuellen. Dein Kopf funktioniert nicht so, oder? Sei still. Nö, meiner nicht. Ein Freund für eine neue Ära, präsentiert von der Amaterasu Corporation, der ferngesteuerte Roboter mit Kamera Amapel. Er kann selbst den wildesten spielenden Kind anstand halten. Er ist so stabil, sogar ein Elefant kann darauf stehen. Aha. Was anderes? Es heißt, er würde nicht kaputt gehen. Selbst wenn ein Elefant daraus steht, wurde das mit einem Elefanten getestet. Wurde das mit einem Elefanten getestet? Wahrscheinlich haben sie es nur berechnet. Das ist nur irreführende Werbung. Anzeige ist raus. Das war aber richtig deutsch, Shinigami. Anzeige ist schon raus. Bildschirm? Er droht. Auf dem Monitor scheint ein von Amapel gesendeter Bericht angezeigt zu werden. Aber wir haben absolut keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich muss Mensch hier Forscher sein, um das zu verstehen. Schauen wir uns den Amapel mal an. Ey! Okay. Okay. Das heißt, das ist Amatan, oder? Das heißt, das ist wirklich ein Roboter. Ich weiß nicht, ob ich es nicht weiß, aber es ist Amatan, die unsere Forschung erzeugt. Wie alles immer so zu einer Waffe verwandeln, weil wieso auch nicht? Ja, eigentlich schon! Ui! Noch was anderes? Wenn ein Mensch genau hinsieht, hat er ein überraschend süßes und charmantes Gesicht. Ja! Hast du mich schon vergessen, Meister der wandernden Augen? So Sir, stehen Sie im Pinal. Ja! Nein. Insofern, er ist nicht mit jemandem. Aber ich weiß nicht, dass ich nicht weiß, dass ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. Aber ich weiß nicht, dass ich nicht mit ihm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich für die Forschung habe, um andere Menschen zu verraten. Ich weiß nicht, dass ich mich einfach nicht überrascht bin. Ich habe gesagt, dass ich mich in den vielen Monaten in der Forschung des Forschungsstums bin. Aber ich weiß nicht, dass ich mich einfach nicht so fühle. Der Gigi-Hakase hat mich sehr interessiert. Ich weiß nicht, aber... Ja. Oh Gott sei Dank. Okay, ja, weil er ist ja sehr robust da, dass er ein Kinderspielzeug sein soll. Ah, okay. Ja, er ist schon ganz Putsig. Aha. Aha. Ein bisschen Geduld. Na? Oh, okay. Das ist vielleicht ein kleines Problem. Aber da steht so breit daneben so, ja. Lebendig. Schieb, schieb. Hey. Also bis wir da drin sind, ist der Typ 30 Mal umgebracht worden. Oder glaubt ihr, die stehen so nebeneinander jetzt so und, ähm, und sie? Na ja, ich warte darauf, dass sie mich umbringen, beziehungsweise, dass irgendwer reinkommt und mich rettet. Ja, ja, ich gebe ihnen ein bisschen Zeit, damit sie wissen schon. Ähm, na ja, das ist ein bisschen unfair, finde ich. Oh ja, sie sind ein guter Killer. Ach, danke schön. Ich verhüge nicht. Ich gebe mein Bestes. Unterhalten Sie sich dabei Kaffee und Kuchen drin? Der wird uns sicher nicht mehr antworten. Daisy ist vorbei. Äh, der Eindringling ist noch nicht rausgekommen, also ist der Doktor anscheinend in Ordnung. Mhahaha, sicher. Lasst uns die Gegensprechanlage überprüfen. Gute Idee. Oh, sorry. Okay, ich wollte einen Namen für den Roboter. Wie wäre es mit Porter? Oh, ich habe einen... Wie wäre es mit Isaac? Isaac? Ja, das ist der Name des Roboters. Nicht jetzt, bütete Tussi! Äh, wir haben nicht wirklich Zeit, ihm einen Namen zu geben. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Jetzt kann ich. So, piep piep. Na, der ist tot. Es ist vorbei. Und wie sollen wir was jetzt über diese Homunculus-Forschung erfahren? Na, vielleicht hat er ja irgendwelche Notizen. Na, wenn ihm die Kehle aufgeschlitzt ist... Wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber hier sollte es ja kein Problem sein, weil alles gelüftet wird. Zumindest so weit hinten, oder? Ich weiß es nicht. Tüff, tüff, tüff. Gut. Lego City Undercover, das grüßen. Uuuuh. In Lego City Undercover hast du das Wii U-Gamepad und dann kannst du so das bewegen und Leute abhören und alles. Was? Oh Gott. Drück aufs Klavier, Mann! Oh, das war aber komisch jetzt. Gut. Dann, wir werden in den Hörer. Das ist der Tutorial-Korder. Cooles Bild da, das Riko steht episch da. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, Arm ein, aus. Lärm machen, Lärm machen, Lärm machen, Lärm machen. Okay. Verwende Armapal, um ihn Doktor Huesca... Huesca... Huescas stimmt den Hochsicherheitslabor zu gelangen. Armapal kann sich vorwärts und rückwärts bewegen und nach links und rechts drehen. Steuere ihn mit Geschick, um ans Ziel zu kommen. Er kann auch seinen Arm ausstrecken und aufregende Geräusche machen. Viel Spaß beim Bedienen. Na, das ist der Arsch, Boss. Das ist ein Spielzeug. Das ist fucking awesome. Entschuldigung, ich war gerade so begeistert von den ganzen Dingen. Kann er... Ich wollte er, aber es bewegt sich nicht. I'm trying! Er kann sich nicht bewegen, wenn wir das machen. Okay, nein. Gar nicht. Ups, sorry. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Warte, was war das? Die Tür bleibt verschlossen, bis die Dekombination abgeschlossen ist. Entschuldigung. Ich habe gerade R gedrückt, was die... die... äh, was die... R-Slam machen. Ja. Ja. G-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl! H-H-H! So. Jetzt ist die Frage, welches wir betreten. Aber die Frage ist, Ja, und wir wissen nicht, ob der Amapel das aushält. Glaubst du? Ja, aber er hat gesagt, dass nur der Dog das in seinem Schädel hat. Oh. Na ja. Im Notfall kann sie ja die Zeit zurückdrehen, oder? Ja, ich würde auch gerne wissen, worüber wir kommen. Ach so, wie ein Detektiv. Das ist eine gute Idee. Das haben wir noch nie gekauft. Detektive. Hm. Eine Möglichkeit. Ah ja, damit. Ich weiß schon. Was ist denn Shinigamis Fähigkeit? Wie trete ich immer in der richtigen Reihenfolge auf die Platten? Fubukis Fähigkeit oder Desuhikos Fähigkeit? Was ist denn Shinigamis Fähigkeit? Fubuki wird ja Sinn machen, oder? Weil Desuhiko kann ja nur tarnen. Was ist denn Shinigamis Fähigkeit noch einmal? Sie kann ja nur das Labyrinth öffnen. Und ansonsten... Was kannst du denn noch? Und ansonsten...